Ihr dürfe beim 25-jährigen Jubiläum dabei sein. Beim 75. werde ich nicht mehr dabei sein. Beim 100. geht gerne nicht. Aber zum 50. möchte ich Redo gratulieren und allen Danken sagen, die sich eingesetzt haben, um Menschenleben zu retten. Ich wünsche nicht, dass Erdbeben gibt, dass es Unglück gibt. Aber wenn es gibt, dass sie gehen dürfen und dass sie die Chance kriegen, um Menschenleben zu retten. Das wünschte ich mir für Redoc.